jo meine lieben freunde hallo und herzlich willkommen zur zwanzigsten episode von let's play counter-strike global offensive heute nur maske mit dabei was heißt nur maske hallo maske und der rest dass es sind irgendwelche wendys keine ahnung um die uhrzeit sind die meisten noch in der schule oder sonst irgendwas wenn was gerade aufnehmen wir starten als terrorist auf der map das so wir haben natürlich und russen oder sowas keine ahnung was spiel ist und ja heute mal ausnahmsweise mehr facecam wir wollten mal gucken wie das dann hinterher aussieht außerdem habe ich in der gruppe schon paar leute gehabt sich das echt mal gewünscht haben weil sie sich erhoffen dass ich wahrscheinlich mega ausraste oder sowas und dann hier meine wohnung zerficke du ich nicht nein gegen die ball das geht ja schon super los jetzt war es so voller euphorie irgendwie unglaublich krasser typ aus krasser typ ja auch mir ging es jetzt irgendwie anders wurde jetzt hier auch immer instant hier im dünnel weggepickt da ich sehe das hier läuft auch ja jetzt auf jeden fall ja meine zweite dose ist auch schon offen ich muss mich übrigens entschuldigen die qualität der webcam ist jetzt nicht gerade die geilste aber ich muss auch sagen die webcam weiß nicht habe mich damals fünf war oder zehner gekostet und ist tatsache schon über zehn jahre alt ja also das ist schon echt heftig auch die logitech wie heißt der scheiß c200 glaube ich please be again nein nix a long wir haben bombe ich glaube ich muss gleich erstmal hier unsere pappkameraden muten nehmen wir ein bisschen auf den sack loll ich habe erstmal direkt in stelle die headshot gefressen nicht mit daddy alter so es voll verwirrend hier oben auf meinem monitor habe ich die ganze zeit so ein grünes licht mann von der webcam das glotzt mich anders ein auge ein auge alles klar meine web kommt schon verdammt bald noch die p90 holen und so ein spaß da hat ein monotaur cocktail geworfen und ich musste wieder umdrehen also lange nicht russisch sprechen ist alles super und ich glaube die können besser englisch als ich ich habe da nicht so geile englischkenntnisse g loll oh man leute please was sind das denn für lachs nacken laufe mein schuss ist richtig ist richtig mann wieso lässt er die bombe da einfach liegen gelten warum guckt denn keiner hinten mann you got the bomb you got the bomb you got the bomb you got the bomb at die fresse oooohh schuldige aber das geht mal gar nicht kein problem ja jetzt bin ich hier was mache ich denn ja mal gar nicht ja hübsch hübsch genügend x von mir hast du deine waffe wieder hier echt hast du gesagt aber was die frage ist klar hat doch hier bloß der 90 oder so haben schnell ja ich bin hier hinten ja die gebe ich dir da ja lol ich habe die falsche ja jetzt haben wir es jetzt ja der joshi sowieso ist glaube ich auch ein deutscher oder ein österreicher joshi bist du deutscher ja geil willst du was für youtube sagen wir nehmen gerade auf das problem ist man versteht ihn wirklich sehr sehr schlecht ich glaube man wird ihn in der aufnahme so gut wie gar nicht hören leider 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 der polonio so lol mal bitte was du kannst mir glauben ich bin jetzt schon wieder die zent angefressen Glaub ich. Es wird was gecallt und der kann die nicht. Die Smoke war scheiße, Yoshi. Sorry bei dieser Stelle. Josh Sizzle heißt der ja. Ja, auf jeden Fall war seine Smoke jetzt nicht gerade die beste. Ey, was machen die? Oh mein Gott. Irgendwie ist man auf der Reihe. Ich glaube nicht. Aber ich treffe nichts. Ich muss der Sache wohl erstmal Brille aufsetzen hier. Das ist ja mal voll für den Arsch. So. Oh, Alter. Sorry. Ich muss ja erstmal Platz machen hier. Dosen wegräumen. Kennst du irgendwoher? Ja, ich habe jetzt neulich erst alleine an Monsterdosen 26 Euro Pfand weggebracht. Weil ich immer so faul bin, die gleich irgendwie wieder wegzubringen, weißt du. Und dann mache ich dann immer solche Faxen. Sah geil aus. Das glaube ich. Damit geht es immer so mit den Limoflaschen, diesen 1,5 Limoflaschen, haben wir hier solche riesen Säcke hier. Weißt du, wie solche Hochschutzwassersäcke? Ja. Und die machen wir, ich glaube da habe ich hier mal 3, 4 Säcke vollgemacht. Und die habe ich dann weggebracht, also. Über 50 Euro sind da zusammengekommen oder so. Das ist auch nicht schlecht. Mikrofon activated. Mikrofon activated. Ach, Mann. Was ziehe ich denn heute hinten hier? Ich habe keinen Eben. Ich habe nur 1 Kill gezeigt. Oh, sorry, 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 sorry. Meine, das waren ohne mehr Luck-Kills. So, jetzt... Jetzt nehme ich den... Ja, gerade das 20. Volk ist ja auch irgendwo was Besonderes. Klar. So, Aris, wir spielen jetzt zusammen hier. Oh, Mann. Was machen wir? Ja, ein bisschen Schitter, Motherfuckers. Ja, ich hasse solche kleinen Kiddies, die keine Ahnung von diesem Spiel haben. Wo sind Sie? Ich würde sagen aber, aber... Bei Bs würden nicht so wirklich... Wenn denn wirklich mal alle B machen würden. Wenn denn wirklich mal alle B machen würden. Voll die Anzahl. Wenn denn auch mal wirklich alle B machen würden. I look lower tunnel. The rest please push B. Ah, mein Englisch ist super. Sexy. Sexy, baby. Auszeit für... Antiterror. We have to go first. Without flies. Und fast. Ich hab... Ich versteh den nicht. Junge, du brauchst mein neues Mikro. Ja, Mann. Man versteht dich ganz schlecht. Das ist echt so. Das ist ein Laptop-Mikrofon. Ah, alles da. Das erklärt einiges. Oh, yeah. Oh, yeah. Ein Laptop-Mikrofon hat das gesagt. Falls es in der Aufnahme nicht zu hören ist. Oh, yeah. Will der Puppe mich verarschen, Mann! Boah. Im Sprung. Gibt er mir erst mal hin. Aber ich bin noch nicht da unten. Gott sei Dank. Geht doch, Leute. Give me a repeat, please, Mann. Give me a repeat. Ne. Am Arsch, Junge. Am Arsch. Und wenn ich die selber spiele, Alter. Give me a repeat, please. Nope. Okay. Nope. Okay. Go long. Okay. Das ist mir scheißegal, weißt du. Das ist mir scheißegal. Ich bin kein Arbe-Spieler. Wirklich nicht. Aber der Typ kriegt 100 pro nicht. 1 B. Ja, süße Seier. Ja, verdammt mal. Oh, wo war denn der? Äh, nothing. Nothing to do hier, Alter. Ich verpiss mich. Oh, Junge, Junge. Oh, mate. Alter, der Purple, das war jetzt ja wirklich lucky. Follow me, follow me. Äh, follow me. Follow me. Follow. Follow me, sagt er. Purple, go, baby. Nein, 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 nein. Wow, fucking. Bist du, ne? Der Purple ist, weil... Ich weiß es nicht. Und der ist auch noch Erster aus dem Team. Ach, Mann. Das war nix. Das... Ich hab den Eindruck, das wird... Ja. Alter, bist du dumm. Das Bild von dem Gegner, ne? Als ich das eben gerade zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich... Original erstmal eins zu eins dann... Olivia... Olivia... ...Jones... ...Jones. Alter, das ist irgendeine Manga-Figur, ne? Also... Anime. Ja, das ist ne Manga. Also, ich hab keine Ahnung davon, also... Ja, er hat irgendeine Zeichentrick-Figur. No, we are going B. We are standing good for B. Okay, I go long. Ey, ey, sag mal... Shut the fuck up. Meine Fresse, Alter. Okay. Okay. Dann... Dann reicht's jetzt Team Ende halt. Gut, jetzt werden die... Aim-Hacks aktiviert. So, rein. Rechts. Car's clear. Die Tür. Ja, der hat mich. Nein, B. I've called B. Why nobody come with us? Wenn die mitgekommen wären, wir hätten das Ding locker gehabt. Ist so. Ich raff's nicht. Deswegen hasse ich's auch mit irgendwelchen bescheuerten Wendy's zu spielen. Ich meine, wir haben das Problem ja teilweise auch mit unseren eigenen Team-Mates. Aber bei weitem nicht so krass, weißt du? Dann kriegt er kurz einen auf dem Popo und dann... Zumal wir können die dann zusammen scheißen. Richtig. Kriegt er kurz einen auf dem Popo und dann hat sich der Drops. Noooool. Jetzt haben die hier totes B belagert hier. Noooool. Ich raffe es nicht. Weil irgend... Weil irgend... Ey, ich... Ganz ehrlich, den Typen den mute ich jetzt. Der geht mir auf den Sack. Was? Dieser Purple-Typ, der geht mir richtig krank auf die Eier. Oh, shit. Du hast keine Zeit, ne? Nein. 25 Sekunden. Könnte close werden. Dann musst du da jetzt reinpushen. Sonst... Wird das nichts. 15 Sek... Das war's. Das war's, oder? Nein. Jaja, vier Sekunden brauchst du. Echt? Ich dachte fünf. Ei, Karamba. Close. Perfekt. Hätten wir schneller haben können die Scheiße, wären die Leute mal mitgekommen. Auf jeden Fall. Hätten wir jetzt schon die nächste Runde schon wieder beendet. Ja, fast, ne? Oh, Mann, ey. Ich hasse sowas. Sagt der Purple-Typ irgendwas? Weil ich hab den gemutet. Jaja, der... Say BVP! Say BVP! Achso. Ja, gut. Also... Den gleichen dünn Schiss wie immer, ja? Ah, ja. Das war knapp. Super. Bei solchen Lapp. Einer ist On-Spot. Ah, come on, please, Mann! Oh, nö! So viel zum Thema, ich tue euch nicht den Gefallen, dass ich ausraste. Jo, läuft! Wenigst einer hier von uns, der was reißt, Mann. Tschüssi! Ja, gut. Das war jetzt ein bisschen, äh... Scheiße, weil ich... Weil ich die anderen jetzt eigentlich so quasi zum Abschluss freigegeben hab. Aber... Ist auch immer eine gute Taktik, die funktioniert. Jo. Vor allem, wenn man die anderen nicht mag. Let's try short. Pass auf, Purple lässt sich wahrscheinlich sofort wegnetzen, ne? Ich seh's schon kommen, ey. Ich versuch mal, die Mitte vernünftig zu smoken. Sieht bisher gut aus. Jo. Und los. Du hast die Bombe im Übrigen jetzt. Äh, ja, ich hab's mitgekriegt. Wo ist der? Vorsicht, da kommt... Äh... Ah, scheiße, der 1. Mist. 14 in 1 nur. Kacke, ich dachte, ich... Ich weiß... Ich weiß nicht, wo der ist jetzt. Last long. Rechte Seite. Right side. Voll der Abschluss. Well, don't come with me out. Das war der grüne. Ja, das war der grüne. Das war der grüne. Ein-Aim rüber. Das Teil... Der Nachteil an dieser Smoke ist, dass sie so endlos lange dauert. Müsste. Yo. Wenn man sicher gehen will, macht man hier noch den da. Du hast die Bombe in der Maske. Aber ich hab die Bombe. Zurück, 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 zurück! Oh... Oh... Uh... Da sind 3, da haben wir... Okay, 1 ist Tunnel, 1 ist Tunnel. Care, 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 care. 1 ist Tunnel. Boah... What the fuck? Mit einer irgendwo weiß nicht, worum es ist. Ich schau auf die window. Und bist du bitte? ich habe mich zu früh gefreut r auch auf der schämtlich nasi-juckwolle Alter willst du mich verarschen? ich hab's gesehen, Alter, wie viel hat der gefressen? keine Ahnung ich war doch genau drauf oder hab ich was an den Augen? ne bei mir warst du drauf schreibst in die Comments oh man ey, was ein krasser Ficker aber ich komm langsam ran ist heute auch das erste Matchmaking, also alles gut ja bei mir nicht so, aber hört euch die Lötung EEEH HUTTABAR AUF MIT DAU FLÄCHEIN JUGKE Purple hat die Bombe, kann ihm das mal einer sagen? ähm wo war das? ich versuche, City noch dicht zu machen nein, die kam nicht, fuck hübsches Teil okay uaaah wir riechen Geburt, aber wir kommen rein ja vielleicht wird's ja ein win am Ende, aber es ist eher so ne T-Map Mich nervt es, dass die jetzt schon vier Punkte haben. Da müsste was ganz anderes stehen. Die Null muss eigentlich stehen bleiben. Aber ich glaube, das haben wir noch in keiner Aufnahme geschafft. Nee. 16-1. Das war das beste Resultat. Und ich glaube, das Schlechteste war 16-4 gegen uns. Oder 16-3. Also richtig. Richtig, Schwanz. City. Ich plan für Long. Der Letzte ist wahrscheinlich Short. Jo. Moin Short. Ach, Short. Neier Amt. Geht doch! Meine Fresse, dass ich immer so lange brauche, um in so ein Game reinzukommen, oder? So. Wir stehen sauber für B. Eigentlich. Dann lass das mal machen. Im Übrigen, die letzte Runde. Das war uns. Go B. No Flash, no Flash, no Flash. Call on me. Arsch, no Flash. No Block. Der hat hier. Man darf sagen oder was. Oh my God, Robert G. Block me, you fucking idiots. You fucking idiot, you play me. Me, 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 me. Und der nächste wird gemutet. Ich weiß zwar nicht, wen er meinte, aber ist eigentlich auch... Umflame mir... Du kannst sagen, was du willst, der Barrio, der kann schon ein bisschen was. Der ist gleich tot. Ja, ja klar, ey, äh... Scheiße, Mann. Der kann schon ein bisschen was, ne, wenn er sich ein bisschen anstrengt. Das geht. So, ich werde jetzt einfach gucken, wo die hinlaufen und dementsprechend werde ich mich positionieren. Ist einfach so, weil die machen eh nur das, was sie wollen. Ja, die machen eh irgendwelchen Blödsinn. Ja, die machen eh was sie wollen und... Ja. Also wir haben 2B. Alles klar. Wow, bei mir hatte ich gerade einen richtigen Fettenleck. Fuck. Das ist... Hallo. Will ich auch vermuten. Ja. Wäre auch... Spottmann, was ist denn los mit denen? Nichts können sie. Jetzt sind wir beide nur noch hier. Ach, GG, Alter. Ich reiß doch gerade gar nichts. Oh. Puh, 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 puh. Shit. Der, Josh hat schon gekauft. Machen wir doch auch. Einer wollte scheiße, Aris muss nachmachen. Ist doch immer so. Hehehe. So, ich guck mal Mitte. Jo. Ganz so weit, Kind zu sein. Ist doch B. 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 Boah, pah, 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 pah. Tor. Könnt mich nicht vereint. Sieh, oh scheiße. Oh, wie können wir nix... Alter, wir haben es geschafft, Mann. Wir haben echt B gehalten. Unglaublich. von wo hatten wir dich gekriegt sommer ja ich könnte mich nicht entscheiden da war einer im window und er wurde auch plötzlich abgeknallt und derzeit kam einer durch tür und dann war es vorbei ok wie frisch das war also liebe kinder was lernen wir daraus dann geht es sollte dies nicht möglich sein durch das nächste ziel und geht das die lor ich hasse leute die jedes mal ihre positionen wechseln so ohne absprache ok ich hab den ich hab den typen gebutet also da kann er mir von mir aus seine lebensstory erzählen ich krieg davon nichts mit aber trotzdem ananasik im jungen das ist ein geier ja mache ich noch mehr randale ja einer mittel vorsicht die mitte ist dann breiten b vor 100 pro alter sonst wäre doch schon lange irgendwo wo ist die bombe die mitte z.a. die mitte also die mitte die mitte ist die mitte die mitte die mitte Möchtest du AK haben? Ah jo, kann ich mir mal geben Schön So, die Hyperbeast wurde mal ausgepackt Habe ich in der letzten Episode gar nicht gemacht, glaube ich Weiß ich gar nicht gerade Ulla, ich habe sie ausgepackt und dermaßen verkackt damit Keine Ahnung Ja, ich hasse euch, ehrlich Also nicht ich, sondern hier Diese Wendy, Ficker Die Flash war nicht Grün spielt gerade in meine Augen Wollte ich gerade sagen, hast du eine Autosniper oder was? LOL Ja, ich habe sie sehr schön vorbereitet Ein Kill habe ich Ein Kill habe ich tatsächlich jetzt mit der M4 gemacht Easy 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 Vorhin noch war der am rumflamen, oder nicht? Und jetzt sagt er easy Okay Okay Das ist logisch, Alter Das ist logisch Ja, ja, das ist... Gut Diskutieren wir nicht weiter drüber Das wäre verkeultete Spucke Wo hast du denn den schon gleich her? Okay, die kennen sie schon mehr gegenseitig, das finde ich sehr nett Ich hätte mir vielleicht eine aufheben sollen Das ist logisch ist das jawohl nice ok was machen wir was machen wir was machen ich packe jetzt den jolo modus aus mann jolo ich hab da ne kleine idee geh mal durch geh mal durch onspot jawohl perfekt es wird lol was ist denn hier mit denen los ist sicher ja nur dass die bombe noch nicht gesehen habe deshalb frage ich ja hatte ich den autosniper der wichser was ist mit dem verkehrt man auto spritze ist eindeutig nicht meine wache du hast damit aber schon normalerweise geile kills gezeigt deswegen hatte ich dir vorhin noch ein angeboten du bist doch nicht warm ich glaube der ist unten CT uuuhhhh uuuhhhhhh du bist so schlecht oh geil sag einfach nichts sag nichts ich genieße gerade ich weiß warum ich P90 spiele oh man ey nein in Wirklichkeit war das ja so gewollt ja genau das war gewollt weil wir wollen die jetzt wollen verlieren können wir es eh nicht mehr ich glaube nicht dass es B wird ich kann mich aber auch irren ich habe bisher nur einen B gesehen ich habe bisher nur einen B gesehen einer steht Mitte hier steht noch nicht mal eine AFK rum wie deprimierend ist das denn ich habe die Bombe ich glaube das war es ne absolute Musch also wenn wir es nicht schon wieder total verkacken so wie ich auch was im jetzt ich habe doch jetzt ja liebe freunde wir haben es geschafft ich meine statistik immerhin neutral immerhin neutrales kd vergeben 15-15 und zwar ist es Liebe Freunde, wenn euch diese kleine Special-Folge gefallen hat, lasst es mich doch durch am Schiller oben wissen. Würde mich freuen. Würde mich unterstützen. Ihr könnt natürlich auch komplett kostenfrei diesen Kanal abonnieren. Dafür einfach auf die Ente klicken. Und unten links findet ihr das Let's Play Wizen und oben links findet ihr Let's Play GTA 5 Online. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch und noch einen wunderschönen Tag. Ciao! Ciao!